Der Meme-Coin-Hype ist wieder zurück und holt sich dieses Mal technische Unterstützung von sogenannten KI-Agenten, die in den letzten Tagen dank GOAT und dem Virtuals-Protokoll in aller Munde sind. Wir nehmen die irrwitzige Fusion von Memes und künstliche Intelligenz in dieser Folge genauer unter die Lupe und gucken, wie sehr sie sich als Investment eignen. Damit jetzt mal der Blick auf die vergangene Handelswoche. Stefan, was war los letzte Woche im Treadfire und Crypto-Space? Also die Kurse an den Finanzmärkten blicken insgesamt auf eine volatile Woche zurück und es sieht tatsächlich auch in der neuen Woche jetzt schon wieder so aus, als würde es munter so weitergehen. Während tatsächlich ausgerechnet der Autobauer Tesla, manchmal glaubt man, beziehungsweise totgesagte Leben länger, nach starken Quartalszahlen tatsächlich den größten Tagesgewinn seit, ich muss extra nochmal nachgucken, Mai 2013 verzeichnen konnte, also seit mehr als elf Jahren und den Markt tatsächlich zur Wochenmitte weiter beflügeln konnte. Zwischenzeitlich kam es nach News über anhaltende Spannungen im Nahen Osten, ich hatte es schon eingangs erwähnt, am Freitagabend plötzlich dann zu vermehrten Gewinnmitnahmen. Gewinnmitnahmen sind auch einfach nur normal in solchen Situationen, wenn wir einen starken Run hatten, insbesondere am klassischen Markt. Ja, der S&P 500 beendete die Woche dann in Folge mit einem Kursabstab von einem Prozent und zog damit auch in den Kryptosektor mit Gernsüden. Das war die erste negative Woche, glaube ich, nach sechs positiven Wochen in Folgen am klassischen Markt. Und ja, die unbestätigten Meldungen, Übermittlungen in Richtung Stablecoin-Tether sorgten dann zwischenzeitlich für zusätzlichen Abgabedruck bei Bitcoin und Co. Aber man sah gestern Abend eigentlich schon mit einem Wochenschlusskurs von knapp oberhalb der 68.000 US-Dollar, dass die Kryptoleitwährung ja selber nur ungefähr, was waren das, 1,2 Prozentpunkte verloren hatte und konnte damit eigentlich die Schwäche vom Freitag, die da startete, ja, man muss dann sagen, egalisieren und ja, mittlerweile komplett ausbügeln, wenn ich jetzt auf die Kurse gucke und ja, während sich die Nummer 2 Ethereum mit dann knapp 7 Prozent Kursabstrag deutlich schwächer zeigt als Bitcoin, konnte der Konkurrent von Ethereum, Solana, im Zuge des anhaltenden Meme-Coin-Hypes tatsächlich nämlich seine positive Statistik der letzten Wochen fortsetzen und um, ja, bemerkenswerte 10 Prozent gen Norden springen. Ja, genau, das haben wir auch schon im Recap-Podcast am Freitag besprochen. Solana hat kürzlich wieder ein neues Allzeithoch gegen ETH eingelegt, also im Sol-ETH-Chart und besonders in den letzten Wochen sorgte das mal wieder für Debatten darüber, warum Solana Ethereum auch im weiteren Verlauf dieses Bullenmarkts übertreffen könnte und ob Ethereum seine Machtposition als führende Smart-Contract-Plattform gerade etwas aufgibt. Das soll jetzt aber heute erstmal nicht Thema sein. Stattdessen blicken wir erstmal zu den Gewinnern der letzten Woche und hier, wie könnte es anders sein, dominiert mal wieder der Meme-Coin-Sektor, der schon seit einigen Wochen im Aufschwung ist. Davon profitiert eben vor allem Solana und Solanas Ökosystem. So wird die Liste der Gewinne angeführt von Radium, der beliebten Dex für jeglichen Meme-Coin-Handel auf der High-Speed-Blockchain mit satten 49% Kursplus in sieben Tagen und direkt dahinter die Meme-Coins, ich habe es gerade schon angesprochen, in diesem Fall SPX6900 und der beliebte Katzen-Meme-Coin Popcat mit jeweils 14 und 11,6% Wachstum. Und hinten dran eben Solana, also die Base-Chain dieses ganzen wegen Meme-Coin-Handels. Ja, und der Marinate-Liquid-Staking-Token Solanas, das ist im Prinzip einfach nur ein Äquivalent Solanas in diesem Fall, beide 6%. Kurzer Funfact, Solana hat heute, wenn ich mich richtig entsinne, die Marktkapitalisierung von PayPal überschritten. Das heißt, der Marsch geht weiter. Und zu guter Letzt bei den Gewinnen, die Jupiter-Dex mit 5% Wachstum, auch hier sicherlich damit erklärbar, dass auf Jupiter ebenfalls viele Memes, aber auch andere Solana-Token On-Chain gehandelt werden können. Insofern ist das Bild recht eindeutig. Ein Outlier habe ich heute aber gesehen, der konnte sich da reinschmuggeln, nämlich Room gehörend zur Tor-Chain. Stefan, woher kommt das Wachstum bei Room? Also 4-Chain profitiert sicherlich von der relativen Outperformance Bitcoin. Sehen wir ja, wenn wir die Bitcoin-Dominanz angucken. Bitcoin ist der Taktgeber am Markt momentan. Und zum anderen konnte, denke ich, und das ist so das, was ich gefunden habe, neben einem einfach starken Chart, insbesondere die Integration von Ledger Live und dem OKX Web3 Wallet, ein Meilstein im Bereich des dezentralen Cross-Chain-Swappings eingelegt werden. Damit ist Thor-Chain der einzige dezentrale Anbieter, der tatsächlich Bitcoin-Ethereum und Stable-Coin-Swapps direkt auf vertrauenswürdige Hardware-Wallets in diesem Bereich ermöglicht. Insofern, das wird, glaube ich, dem einfach Rechnung betragen. Jo, absolut. Und damit gehen wir mal rüber zu den Verlierern. Hier ist die Lage tatsächlich ein bisschen uneindeutiger, beziehungsweise gemischter. Hier hervorsticht in diesem Fall Sui mit gutem 17,6 Prozent Abschlag zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und Sui gönnt sich damit eine kleine Verschnaufpause von dem jüngsten Allzeithoch. Dieses liegt tatsächlich genau zwei Wochen zurück. Und wer sich genau erinnert, Stefan und ich haben ja im letzten gemeinsamen Podcast genau über diese Rotation von Sui zum High-Speed-Casant Aptos geredet. Und gestützt war diese These von einem stetig wachsenden TVL bei Aptos, während es sich ja bei Sui tatsächlich, während sich bei Sui Abflüsse gezeigt haben aus dem Ökosystem. Und Aptos konnte im Laufe der letzten Wochen tatsächlich zu Sui etwas aufschließen. Beide kämpfen nunmehr um Platz 25 in der Crypto-Bangliste. Noch hat Sui hier die Nase etwas vorn, aber möglicherweise ist das Momentum inzwischen auf Seite von Aptos. Und hier gab es auch einen sehr interessanten Chart von Keito AI oder Keito AI, ich weiß nicht genau, wie man sie ausspricht, die On-Chain-Analyse-Firma, die sich unter anderem mit dem Mindshare verschiedener Blockchains beschäftigt, also der Bedeutung der Chain im öffentlichen Diskurs, Kryptodiskurs, wie auch immer. Und wie ihr jetzt im Bild sehen könnt, das wir einmal für euch einblenden, korreliert der aktuelle Abfall im Mindshare bei Sui eben mit dem Dip im Sui-Kurs. Und ich persönlich vermute zudem, dass der Airdrop des Sui-DeFi-Protokolls DeepBook, der Ticker dafür ist D-E-E-P, also Deep, vorübergehend ein Gipfel der Sui-Mania ausgelöst hat, beziehungsweise den Gipfel dieser Sui-Mania, die wir ja seit Ende September gesehen haben, darstellt. Der neue Deep-Token genoss zum Launch einen für neue Airdrops tatsächlich unüblichen Run in letzter Zeit, ein achtfacher Kursanstieg direkt zum Launch, während ja viele Airdrops eher dazu neigen, dann zu dumpen. Ja, ehe es dann hier zur ersten größeren Korrektur kam. Wer sich jetzt aber auf der Suche nach dem nächsten Airdrop auf Sui macht, dem kann ich in diesem Fall Sui-Land empfehlen, sich das mal genauer anzugucken. Wie der Name bereits sagt, das ist hier ziemlich eindeutig, es handelt sich um ein Landing-Protokoll auf Sui, das tatsächlich von den Schöpfern von Soland, also der Solana-Landing-Plattform stammt. Und diese haben jetzt tatsächlich vorgestern, auf jeden Fall irgendwie am Wochenende, einen Token-Airdrop für Dezember angekündigt. Und eben auch, dass sie die Punkte für alle Nutzer verdoppeln, die in nächster Zeit Sui, Solana, ETH und Co. auf der Plattform einzahlen. Den Token-Ticker hat man auch schon veröffentlicht. Der wird heißen Send und wir wollen mal hoffen, dass man mit diesen subtilen Andeutungen auch dem Airdrop gerecht werden kann. Kleiner Disclaimer an dieser Stelle. Ich fahre mit dem Airdrop auch und es handelt sich bei diesem Hinweis natürlich nicht um eine Form der Anlageberatung. Ja, danke für die Info. In der Tat könnte Sui-Land recht spannend sein, habe ich tatsächlich auch im Blick. Aber es ist generell cool, muss ich sagen, wenn ich so ergänze, dass du so viel in diesem Bereich hier direkt mal mit einbringen kannst und ergänzen kannst, da ich in dem Bereich Airdrop-Farm tatsächlich nur noch bedingt auf dem aktuellen Stand bin, komme immer mal wieder was mit. Einzelne Sachen nehme ich mit. Weil man kann schlicht und einfach das, was man vielleicht 2017 oder in den letzten Runds 2020 noch machen konnte, wirklich so ein breiteres Bild insgesamt auf dem Markt zu haben, wird bei einem zunehmend ausdifferenzierten Markt einfach schwierig. Und man kann schlicht und einfach nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Dafür ist einfach der Space ein Stück weit auch mittlerweile zu groß geworden. Ja, da gebe ich dir absolut recht. Das geht mir auch so. Themen wie NFTs und Gaming sind hingegen überhaupt nicht mein Bereich. Da bin ich auch immer auf die Unterstützung der Kollegen angewiesen. Aber wir gucken jetzt erstmal auf die anderen Verlierer der letzten Woche. Da haben wir einmal Theta, Say und Arweave, alle mit einem wöchentlichen Abschlag von rund 17%. Stefan, ist das nur die übliche wöchentliche Kryptowolatilität oder gibt es zu diesen Talken irgendwelche nennenswerten Infos? Naja, für mich sieht es eher nach Chart-technischer Konsolidierung aus. Also keiner dieser drei Coins hat nennenswerte Token-Unlocks oder ansonsten irgendwelche News, die den Kurs jetzt so nachhaltig negativ beeinflusst haben dürften. Vielmehr befinden sich alle drei eigentlich in so einem breiteren Korrekturstuhl, will ich mal nennen, der in den letzten sieben Tagen rund 25% der Top 100 Altcoins Gensyn schickte. Weil die sind alle zweistellig tatsächlich aufgefallen, diese 25%. Und wenn man jetzt nochmal genauer guckt, haben wir nämlich nur 15 Coins, die überhaupt einen Kursanstieg verzeichneten. Und das untermauert eigentlich eher die These des marktweiten Rücksetzers. Wie gesagt, auch bedingt dadurch, dass es wirklich am Freitag mit diesen zwei Events, die irgendwie reinkamen am Freitagabend, dann doch zumindest mal Rücksetzer gab oder Leute gesagt haben, okay, ich nehme erstmal Gewinne mit. Ich gucke erstmal, bin an der Seitenlinie und gucke mal, wie sich das weiterentwickelt. Wir werden das wahrscheinlich auch noch später besprechen, aber nächste Woche steht ja auch die US-Wahl an. Da gibt es ja bekanntlich auch immer etwas Volatilität. Das heißt, wir können mit der auf jeden Fall auch weiterhin rechnen. Aber genau, dazu später mehr. Erstmal danke für deine Einschätzung. Lass uns doch gleich einmal zum Hauptthema kommen. Für manche Crypto-Trader ist es ja ein Match made in heaven. Andere winken sie als den nächsten Gipfel des Unfugs ab. Die Rede ist in diesem Fall von AI-Meme-Coins, die jetzt gerade so einen kleinen Hype erleben. Hier bekommen nämlich eben die beiden erfolgreichsten Crypto-Hypes des aktuellen Jahres eine kleine Fusion. Hier kommt es zu einem Zusammenspiel. KI meets Memes sozusagen. Und wenn die beiden zusammenkommen, dann gibt es vor allem auch eins, aberwitzige Gewinne. Man würde ja meinen, dass wir diese in den letzten Wochen und Monaten dank der Meme-Coins schon kennen. Aber was wir hier heute sehen, ist nochmal ein Stückchen spektakulärer, zumindest in den einzelnen Fällen, die wir euch gleich einmal zeigen. Genau, der Fokus der Branche richtet sich aktuell hier auf den GOAT-Token. GOAT-Cius Maximus ist das Projekt oder, sag ich mal, der Name des Tokens ausgeschrieben. Und ja, alle schauen gerade auf den irrwitzigen Pump, den wir da zuletzt sehen konnten. Wir kommen gleich mal zu der Story dahinter, die auf jeden Fall nochmal um einiges verrückter ist als der Chart, den wir euch jetzt einmal kurz einblenden. Und hier sehen wir den rasanten Anstieg von 300.000K Marktkapitalisierung auf fast eine Milliarde US-Dollar und das innerhalb von zwei Wochen. Stefan, hast du sowas schon mal gesehen? Also, ein Anstieg von mehr als, ich habe jetzt geguckt, Pi mal da um 12.000% soll es gewesen sein. Innerhalb eines solch kurzen Zeitraums sind der Tag außergewöhnlich. Ich habe gerade mal vorhin dann die Anstiege bei anderen großen Meme-Rallys, wie zum Beispiel Pepe im letzten Jahr oder auch Popcat dieses Jahr aktuell, angeschaut und keiner der großen Meme-Coins mit aktuell mehr als einer Million Market Cap konnte derart schnell im Wert zulegen. Also, hier scheint der sogenannte First-Mover-Effekt zu greifen. Wenn ich mir den Chart genauer anschaue, ist diese wellenartige Bewegung dennoch ähnlich wie bei vorherigen Meme-Coin-Rallys, jedoch in einem einfach schichten, einfach deutlich kürzeren Zeitraum, muss man sagen. Und dieses untermauert den außergewöhnlichen Run von Goat, wie du schon gesagt hast. Bevor wir uns nun genauer auf dieses Phänomen einschießen oder genauer darauf eingehen, nur noch vielleicht ein charttechnischer Rad meinerseits, den ich sofort gesehen habe, als ich drauf geguckt habe. Und zwar ist der Anstieg in der Vorwoche kam zusammenfallend mit einem rückläufigen Handelsvolumen. Zwar ist die Liquidität, ich habe gerade nochmal auf Dextools geguckt, mit aktuell 20 Millionen US, durchaus sehr hoch. Bedeutet, da wird getradet und es könnte auch auf durchaus anhaltendes Interesse seitens der Anleger hindeuten. Jedoch ist das Kurspotenzial meiner Meinung nach zumindest ziemlich begrenzt kurzfristig. Und diese Divergenz zwischen einem Kurs, der ansteigt bei gleichzeitig rückläufigem Handelsvolumen, könnte dann doch mittelfristig vielleicht den nächsten Tagen, Wochen auf eher eine anhaltende Korrekturbewegung hindeuten. Insofern da einfach ein bisschen aufpassen, dass ihr jetzt nicht denkt, oh, die beiden haben Gold erwähnt, einfach mal reingeformot, das ist nach so einem Anstieg, den wir gerade besprochen haben, von zwei Wochen auf ein paar hunderttausend, auf fast eine Milliarde, dann doch chancenrisikotechnisch nicht mehr so richtig da. Ja, ich kann mir gar nicht vorstellen, was es heißt, diesen Coin oder solche Coins überhaupt traden zu wollen. Jeder, der in dieses Trading Rabbit Hole einsteigen oder runtersteigen will, dem kann ich nur alles Gute wünschen. Ich für meinen Teil dachte auch wirklich, ich hätte alles in diesem Space gesehen, aber man lernt wohl immer dazu und apropos Lernen, wir gehen mal kurz auf die Geschichte von diesem Goat-Token ein, wo der jetzt herkommt und warum er auch irgendwie das nächste Level des Meme-Coin-Warns herbeigeführt haben könnte. Also ja, kurzer Recap hier einmal. Goat ist das Ergebnis eines unerwarteten KI-Experiments, genannt Infinite Backroom. Das war ein quasi Chatroom, in dem der Schöpfer Andy Airey, würde ich ihn jetzt aussprechen, zwei Claude Opus 3 Chatbots ohne menschliche Eingriffe miteinander sprechen lassen hat. Ja, und was haben diese beiden Chatbots gemacht? Die haben in kurzer Zeit oder in kürzester Zeit einen bizarren Kult, beziehungsweise eine Art Religion gegründet oder verfasst, die sich Goatse of Gnosis nennen. Ich hoffe, ich habe das jetzt irgendwie richtig ausgesprochen. Diese beruht auf skurrilen Internet-Memes, fragwürdigen Philosophien, die wir jetzt hier nicht weiter vertiefen können und wollen. Jedenfalls startete Airey kurzerhand später eine autonome Social-Media-Persönlichkeit, einen KI-gesteuerten X-Account namens Terminal of Truths, TOT abgekürzt. Und der begann eben, die Goatsee-Religion zu predigen. Also das ist schon mal einfach ziemlich skurril. Aber es geht weiter. Diese Goatsee-Religion, wie auch immer, schnappten einige findige Entwickler im Koptus-Space auf. Manche vermuten sogar, es könnte sich hier um den Schöpfer von Goatsee selbst handeln, also eben diesen Andy Airey. Und ja, also Unbekannte launchten hier halt kurzerhand in einen gleichnamigen Meme-Coin. Und tatsächlich begann der TOT, also der Terminal of Truths-Account, wenig später eben genau diesen Coin als Gospel of Goatsee zu schillen. Das heißt, die KI hat hier angefangen, den Coin zu schillen. Ich glaube, eine wichtige Sache, die du gerade gesagt hast, ist, der Kontrakt selber oder Goatsee selber wurde nicht von der AI erstellt, sondern am Anfang hieß es so nach dem Motto, das wäre alles autark gelaufen. Dann gab es bei Twitter und anderen, dann wurde das im Grunde genommen debunkt über Zeit. Das ist immerhin okay, also das wurde noch selber erstellt. Und dann kam es im Endeffekt dazu, wie du schon sagst, dass Leute angefangen haben, den Coin zu schillen, beziehungsweise der TOT-Account Goatsee gechillt hat, aber auch nachdem der im Grunde genommen einen Hinweis dazu bekommen hat und das eigentlich aufgegriffen hat. Und die Entwicklung ist definitiv irrwitzig und zeigt gleichzeitig aber vor allem auch die Relevanz von Social Media im Krypto-Space und weshalb wir Telegram benutzen und den Channels abhängen, warum man vielleicht nicht jedem, aber einigen Accounts durchaus folgen sollte, auf Twitter oder auf X folgen sollte, um im Grunde genommen dort am Ball zu bleiben und auch vielleicht neue Tendenzen frühzeitig zu erkennen. Auch vielleicht auf der Suche nach den nächsten großen Dingen, will ich das mal nennen. Und das auch Investmentgrößen wie Marc Andresen, Gründer des WC-Fonds A16Z, auch bekannt als Andresen Horowitz, der AI kurzerhand mal 50.000 US-Dollar in Bitcoin auf ihr Wallet schickte und die User in der Hoffnung, dass TruthTerminal auch andere Meme-Coins bewerben würde, mittlerweile glaube ich Memes in einem Gesamtwert von mehr als 10 Millionen US-Dollar an die Wallet-Adresse der AI schickten, ist definitiv bemerkenswert, also wieder was Neues. Und wie schnell Social Media diesen Ansatz aufgreift, zeigt sich anhand eigentlich eines Vergleichs, da kamst du auch von kaito.ai, dass Murat, ich glaube, hat jeder, hattet ihr auch mal, hattet ihr nicht auch über Murat im Recap-Dollar gesprochen habt? Ich war nicht dabei, aber ich glaube, die meisten sind mittlerweile mit seiner These vertraut. Wollte ich gerade sagen. Und das alles kurz nachdem Murat, ehemaliger Bitcoin-Maxi, nur kurz dazu, mit seiner Präsentation über mögliche Potenziale von Meme-Coins im nächsten Altcoinern, ausgerechnet auf der Token 2049 in Singapur, in den Vorwochen noch in aller Munde war, wurde tatsächlich irgendwie von Terminal of Truth verdrängt, zumindest irgendwie in der Beliebtheitsskala oder in der Click-Rate. Ich habe nicht genau verstanden, was diese Metrik aussagt, die sie da entwickelt haben. Ja, Mindshare kombiniert im Prinzip viele Sachen, eben so Click-Warten, Views auf Twitter, aber halt auch öffentlicher Diskurs, also wie viel Erwähnung hat das Ganze. Zum Beispiel ist der Mindshare zu Vitalik Buterin gerade relativ hoch, gemessen von Kaito jedenfalls, da er ja, ich glaube in den letzten zwei, drei Wochen hat er ja drei größere Blogs veröffentlicht und entsprechend steigert das sein Mindshare, weil er wieder zum Diskurs im Cryptospace wird, genau. Verstehe. Ja. Aber ja, entsprechend fragt sich jetzt die ganze Crypto-Szene, ob Goat zum nächsten Dogecoin aufsteigt. Wie gesagt, wir sind jetzt bei, ja, irgendwo 800 Millionen US-Dollar Marktkapitalisierung oder ob es sich hier um ein kurzweiliges Freak-Phänomen handelt. Das ist ja eben, du hast eben bereits die rückläufige, das rückläufige Handelsvolumen angesprochen. Das deutet zunächst darauf, dass dieser Hype vielleicht etwas abeppt. Doch haben einige Krypto-Größen noch Pläne für Goat. Du hast ja gerade Andreessen Horowitz angesprochen, beziehungsweise Marc Andreessen. Andreessen Horowitz ist ja der VC-Fond, wie auch immer. In diesem Fall ist es jetzt aber Coinbase-Gründer Brian Armstrong, der mittlerweile versucht, eine eigene Base-Wallet für den KI-Agenten einzurichten. Ich weiß nicht, wie da der Status ist, wie es da vorangeht. Aber ja, es gibt auf jeden Fall noch Pläne für Goat an sich. KI-Agenten, die eigenständig Meme-Coins schillen und traden, die Büchse der Pandora scheint geöffnet und unabhängig von Goats Entwicklung werden Nachfolger also auch sehr wahrscheinlich folgen, oder Stefan? Also ARI, der Entwickler dahinter, hat ja auch selbst erstmal eingeräumt, dass die aggressive Förderung des Tokens durch Terminal of Truth selber die Erwartungen der ursprünglichen Forschungsagenda, glaube ich, so hat er es genannt, und den Werdegang von Goat übertroffen haben. Und es zeigt sich vielmehr die unvorhersehbaren Möglichkeiten, aber vielleicht auch Risiken, wenn man KI-Modelle mehr Freiheit gibt. Dementsprechend dürfte Goat definitiv nicht das letzte Projekt dieser Art gewesen sein. in einem Blogbeitrag vom Freitag, glaube ich, war das, sagte die Kryptobörse Coinbase, die bringen ja auch regelmäßig so, weiß ich, wissenschaftliche Artikel so ein bisschen zum Space raus, dass KI-Agenten und Krypto ein sogenanntes Agentic Web hervorbringen könnten. Das wäre laut Coinbase nämlich durchaus vorstellbar, dass KI-Agenten menschliches Verhalten autonom orchestrieren könnten, und damit bedeutende Treiber wirtschaftlicher Aktivität kann man mal so, sprich, was die Geldflüsse angeht und auch für das Wachstum sein könnten. Also sprich, wenn das erstmal angestoßen wird und die ganze Social-Media-Nummer das dann wieder schnell spreadet, durchaus mitunter Potenzial bringt oder auch vielleicht neue Anleger anzieht. Also in der Zukunft wird es somit zunehmend wahrscheinlich, dass AI-Agenten ihre eigenen, ja, oder sogar ihre eigenen Krypto-Wallets haben werden und dann vielleicht so ein bisschen Race, wer ist der erfolgreichste AI-Agent in der Akkumulierung von Coins oder in der Entwicklung von Coins, um dann im Endeffekt davon profitieren zu können. Ja, gruselig, wenn ich mir vorstelle, dass wir in Zukunft dann halt auch mit der KI konkurrieren, wenn es darum geht, die meisten Gains zu machen. Wer von dieser Zukunft einen kleinen Vorgeschmack haben will, der schaut sich am besten das Ethereum-basierte, ich glaube, beziehungsweise BASE-basierte Virtuals-Protokoll an. Dieses wurde kürzlich als das Pump.Fun für KI-Agenten gedubbt. Hier können User, oder ähnlich wie auf dieser Meme-Coin-Plattform auf Solana, selbst KI-Agenten erstellen und Beteiligungen an diesen handeln. Also es findet hier eine Commodification sozusagen der KI-Agenten statt. Und ja, diese Agenten nehmen dabei unterschiedliche Aufgaben an. Sie agieren beispielsweise als Influencer oder interagieren eigenständig auf Social-Media-Kanälen. Sie sollen aber auch beispielsweise Einnahmen für ihre in Anführungsstrichen Investoren oder Shareholder generieren können. Folglich haben diese Agenten auch ihre eigene Wallet und ihren eigenen Coin. Das aktuell erfolgreichste Beispiel ist der ironischerweise Luna-getaufte Agent, dessen Avatar ein bisschen wie eine Mischung aus einer Final-Fantasy-Figur und Sailor Moon aussieht. Der Luna-Token, der in diesem Fall aber nichts mit dem kollabierten Stablecoin-Projekt in Verbindung, oder nichts mit diesem Stablecoin-Projekt zu tun hat, hat auch einfach mal in einer Woche 100x hingelegt. Den Token muss man nämlich kaufen, um mit dieser KI interagieren zu können. Das kann man beispielsweise in einem Livestream machen, wo der Avatar dann mit einem redet, Fragen beantwortet oder halt auch einfach tanzt, je nachdem, wie viel Geld man dem gibt. Wenn ich das so ausspreche, dann merke ich, wir sind womöglich längst in unserer dystopischen Zukunft angekommen. Genau, mit dem Erfolg von Luna konnte nun jedenfalls auch das Virtual-Protokoll ordentlich durchstarten, denn, das ist nämlich der Clou bei der ganzen Sache, man braucht eben diesen Virtual-Token, um auf der Plattform überhaupt entsprechende KI-Agenten kaufen, oder bezahlen zu können. Und Virtual ist so mit diesem KI-Agenten-Boom seit Anfang Oktober um mehr als 800% gestiegen. Also auch hier wieder richtig krasse Gains. Ich frage mich jetzt, ob wir mit dieser Kommerzialisierung des KI-Meme-Narrativs, das wir durch Protokolle wie Virtuals sehen, vor so einer neuen KI-Flut im Kryptosektor stehen. Hier wurde ja bereits von synthetic celebrities gesprochen. Wie siehst du das? Also generell, das fällt mir jetzt gerade noch ein, wenn du dir überlegst, dass mittlerweile die erfolgreichsten Influencer teilweise KI-Gesteuerte sind. Wo hatte ich das lesen? Vor ein paar Tagen, dass der erfolgreichste, also da gibt es irgendjemanden, ich glaube, das ist ein Japaner, der mehrere von so AI-Accounts quasi mehr oder weniger betreut, aber hat denen halt einen most likely female Avatar gegeben und dann, ja, haben die Leute Interesse, folgen und finden das ein Stück weit super, inwiefern das alle wissen, dass es wirklich keine richtige Person ist, die dahinter steht, sei mal da hergestellt. Und wie wir beide ja in der Vorbesprechung schon thematisiert hatten, ist immer die Frage, wie viel KI steckt wirklich in den jeweiligen Projekten und zukünftig in der Anzahl deutlich wachsende AI-Projekten. Also definitiv ist Terminal of Truth einer der ersten prominenten KI-Agenten im Krypto-Bereich und die schnell wachsende Fangemeinde des Accounts, du hast es ja gerade angesprochen, deutet halt darauf hin, dass KI-Agenten eines Tages in diesem Sektor zunehmend dominant werden könnten, vielleicht sogar werden, vielleicht könnten sogar schon der falsche Begriff und derartige Agents haben definitiv das Potenzial, zumindest mal Trendsetter für Vermögenswerte zu werden, da sie eine hohe Aktivität auf Social Media produzieren dürften und damit dann auch wieder potenzielle Anleger anlocken dürften. Und dass Terminal of Truth als Vorreiter erstmalig auch eine Art Bewusstsein tatsächlich für seine finanzielle Lage gezeigt hat und sich proaktiv dann auch an Gesprächen über seinen eigenen Reichtum beteiligt, können sie sich eigentlich als erster Vorgeschrank auf die Leistungsfähigkeit der KI in der Blockchain erweisen. Der Erfolg von Goat ist auf seiner neuartigen Art der Erstellung definitiv bemerkenswert, meiner Meinung nach. Jedoch darf nicht davon ausgegangen werden, dass die Nutzung von AI automatisch zu dem Erfolg eines Projekts führt. Ich glaube, da werden wir jetzt zum einen viele Trittbrettfahrer haben und dann haben wir wieder so eine Inflation, dass da Einzelne mal dazwischen sind, aber die Mehrheit wird es da nicht schaffen. Bestes Beispiel, und das ist jetzt gar nicht, dass ich das Projekt schlecht rede, sondern es ist immer interessant, wie viel Potenzial, oder man sieht auch immer, wie wichtig Marketing dann beispielsweise auch ist, ist nämlich der Urvater der AI-Coins. Ich kannte ihn bis vor ein paar Wochen auch tatsächlich nicht. Scheint es aber wohl zu sein, wurde mir auch bestätigt, namens Kipschi, also K-I-B-S-H-I, der nämlich bereits im Dezember 2022 erstellt wurde. Damit bewerben die auch auf ihrem eigenen X-Account. Zwar ist Kipschi mit aktuell, glaube ich, ungefähr 8 Millionen Market Cap. Wir hatten vor, ich glaube, 4, 5 Tagen sogar, zwischenzeitlich mal 15, 16 Millionen Market Cap und einer ungefähr 300-fachung des Werts seit seinem Erscheinen definitiv ein Erfolg. Man muss sich überlegen, seit Erscheinen, das war Dezember 2022. Jedoch ist der Coin ja, ob seines, sagen wir mal, Vorreiterstatus weit hinter den Top-Meme-Coins und auch weit abgeschlagen hinter Goat, nur einer unter X-Meme-Coins mit einer Marktkapitalisation, sagen wir mal, von mehr als einer Million US-Dollar. Insofern, nur weil es das Erste immer ist und nur weil man davon meint, ich denke, man hat da so einen ungeschliffenen Diamanten irgendwo im Portfolio, muss das nicht bedeuten, das ist das nächste Ding, das auf eine Milliarde geht. Ja, und ich glaube, Pump.fam, die Plattform, hat ja auch gut gezeigt, dass, ich weiß gar nicht, wie viele Millionen Meme-Coins es dank dieser Plattform mittlerweile gibt. Da den richtigen zu treffen, gleicht schon sowas wie eine Lotterie und bei diesem Stichwort kommen wir auch gleich mal zu einer Grafik, die du uns auch mitgebracht hast. Hier geht es, wie gesagt, nur um normale Meme-Coins, also noch nicht KI-Memes, aber aufgrund der Relevanz beziehungsweise der Verwandtheit ist eigentlich ganz klar, dass man eigentlich auch, oder dass eben dieser Chart auch als vergleichbarer Indikator für den voraussichtlichen Erfolg der KI-Meme-Coins gelten kann. Denn die Zahlen sind ja doch etwas ernüchternd, Stefan, ne? In der Tag, Johannes. Also bevor unsere Zuhörer nun die Dollarzeichen in den Augen haben, vielleicht mal die aktuelle Statistik von Dune, Dune ist ja so ein Dashboard, wo man mehr oder weniger alles sich grafisch aufbereiten lassen kann, zur User-Performance auf Pump.fun. Und zwar, es war die Frage, how likely are you to profit from trading Meme-Coins? Und da hat jemand, ein Tom Dunleavy, der ist auch ein bisschen bekannter auf Dune, macht regelmäßig so eine Geschichten, einfach mal ausgewertet und getrackt, wie das aussieht bei insgesamt über 4,2 Millionen Pump.fun-Wallets. Da haben nämlich lediglich 3% dieser Wallets haben mehr als 1.000 US-Dollar Gewinn gemacht, 0,3% dann nur noch mehr als 10.000, 0,03% haben dann mehr als 100.000 gemacht und 0,003, also quasi kaum jemand, hat mehr als eine Million gemacht. Und die Zahlen zeigen dann doch eindeutig, auf das selbst, wenn man Kursgewinne mitnimmt, nur eine sehr kleine Minderheit wirklich riesige Gewinne macht. Denn unter den Usern, das darf man nie vergessen, mit bemerkenswerten monetären Gewinnen, tummeln sich dann natürlich auch die Developer selber, die sich einfach gesagt die Taschen voll machen können, wenn sie dann einen Erfolg haben. Und zudem natürlich Influencer, die gebraucht werden und die gut gesagten Calls, Key Opinion Leaders, sowie Insider, und das sind ja teilweise dann auch wieder Insider, dort mehrheitlich die sind, die im Endeffekt davon profitieren dürften. Ja, genau. Und das sollte man auch immer berücksichtigen. Wir hatten ja in diesem Jahr, ich habe es vorhin angesprochen, die Debatte VC-Coins gegen Meme-Coins. Und bei den VC-Coins hieß es halt natürlich, dass sie unfair seien, dass sie auch an Insider verteilt werden oder durch eben diese massiven Unlocks halt den gemeinen Anleger quasi benachteiligen. Aber wer dann glaubt, mehr Fairness im Meme-Coins-Sektor zu finden, der sollte, denke ich, spätestens nach diesem Chart, nach dieser Statistik doch irgendwie die Augen geöffnet bekommen haben. Denn, wie du es gerade gesagt hast, Developer, Influencer, als auch Calls haben häufig einen Großteil der Token-Allokationen und können diese dann entsprechend auf die Kleinanleger abladen. Aber gut, bleiben wir mal nochmal bei den Trading oder bei den KI-Agenten. Und hier muss man ja auch sagen, es gibt ja bereits seit Jahren Trading-Bots und Co., die es halt so längst nicht so fortschrittlich und autonom waren, wie vieles, was wir aktuell in der Entwicklung sehen. Und ich frage mich demnach, ob der Kryptohandel in Zukunft nicht mehr menschlich, sondern tatsächlich rein von KI-Agenten betrieben wird. Ich denke auch beispielsweise an die immer komplexere Usability im Space, die ja häufig bei Blockchain bemängelt wird und der Adaption oder der Massenadaption irgendwie im Wege steht. Die langfristige Perspektive für den Kryptomarkt steht also mal wieder etwas mehr an den Sternen, oder Stefan? Vollkommen richtig. Also ich sage mal generell, die Tendenz, wie du schon gesagt hast, dürfte sich ein bisschen in diese Richtung verschieben. Wie stark? I don't know. Wir dürften zumindest mal, ich nenne es jetzt einfach mal, eine neue Gruppe von Tradern oder Investoren in den Markt bekommen, wenn man diese Trading-Agents dann so definieren darf und sollte. Und wie du schon richtig sagst, das Maschinen-gegen-Maschinen-Traden ist ja per se jetzt erstmal nichts Neues. Das haben wir durch die genannten Trading-Bots und auch vor allen Dingen am klassischen Markt ist das generell weit verbreitet. Was uns, wie gesagt, im Space als Bot-War bekannt ist so ein bisschen, ist am Aktienmarkt zu beschreiben als der beste Algo macht heutzutage das Rennen. Also so eine Algos am klassischen Markt haben circa eine Halbwertszeit, sagt man so von sechs Wochen. Die werden dann geschrieben, Kosten Pi mal Daumen, das sind so Werte, die ich weiß von vor ein paar Jahren, lasst man schreiben, nach den Vorstellungen, die man hat, kostet ungefähr 100.000 US-Dollar. Dann hat man die geschrieben, der ist dann erstmal optimiert auf die aktuelle Marktsituation, macht am Anfang auch gute Gewinne und irgendwann wird der sozusagen, passt sich der restliche Markt auch wieder an und dann wird der irgendwann, ja, ist der nicht mehr performant oder wirft die Gewinne nicht mehr ab. Optimalerweise hat er bis dahin, sagt man, ungefähr zwischen drei und fünf Millionen US-Dollar eingespielt, also 100.000 Invest, drei bis fünf Millionen US-Dollar eingespielt und dann wird das Ding immer noch eingestampft und deaktiviert. Und ein weiteres Problem, was ich in dieser ganzen Debatte irgendwo sehe, ist die Wahrscheinlichkeit steigender Manipulation, die es dann auch immer gegeben, denn auch KI-Agenten wie Terminal of Truth dürften indirekt durch Menschen womöglich dann auch manipulierbar sein beziehungsweise Akteure dürften versuchen, die KI-Agenten zum Nachteil sämtlicher Anleger für ihre Vorteile zu nutzen. Als Beispiel ist hier nämlich tatsächlich ein aktuelles Beispiel gibt es da, ist der von Terminal of Truth ausgelöste temporäre Hype, um den Hund von Coinbase-CEO Armstrong zu nennen. Der Bot hatte zuletzt nämlich mit einem, oder bei einem Gespräch mit Armstrong, eine Meme-Münze oder ein Meme-Coin erwähnt, welche den Namen von Armstrongs Hund trägt. Und nur weil einer der Plattform-Nutzer ihn, also den AI-Agent mit diesem Namen in der Anlage, also weiter unten, vollgespernt hat in den Kommentaren, hat der das im Endeffekt aufgegriffen, danach gefragt. Dann dachten alle, oh, oh, nächster Hunde-Meme-Coin ist geboren. Was passierte? Der Kurs sprang zwischenzeitlich massiv genorden, ich weiß gar nicht mehr, 1000 Prozent, also aufgrund eines sehr, sehr starken Anstieg, brach dann aber, und so wie wir es auch kennen, wie es bei viel, häufig bei Pump.fund zum Beispiel ist, nach einem klassischen Pump und Dump dann wieder in sich zusammen. Also quasi die Entwicklung, die dürfte uns, glaube ich, weiterhin begleiten. Ja, auch richtig krass. Total random. Und da sind wir wieder bei dem Stichwort Trading. Wie will man sich auf solche Ereignisse vorbereiten? Also in diesem Fall ging es ja erstmal gen Norden, wenn du dann in einem ähnlichen Coin investiert bist und der KI-Agent plötzlich Schlechtes über deinen Coin sagt, den du hältst und das Ding plötzlich um 80, 90 Prozent dammt. Also das geht ja auch in die andere Richtung, will ich sagen. Und von diesen Zufällen wird es sicherlich reichlich geben in nächster Zeit. Teilweise vermutlich auch, weil hier auch bei den Kursen oder bei den Handelsaktivitäten dann auch keine Menschen reagieren, sondern eben KI-Bots, die dann auf bestimmte Stichworte reagieren und dann ein Token einfach massiv abverkauft wird in schlechten Fällen. Auch wenn es dafür erstmal keinen rationalen Grund gibt aus Sicht eines Menschen. Aber wenn die KI halt darauf programmiert ist, bei bestimmten Stichwörtern das Ding halt zu verkaufen, ja, dann kann sich das halt auch mal in die andere Richtung entwickeln. Na, man kann dazu vielleicht zumindest noch gerade einmal sagen, vielleicht, wenn ihr euch einfach mal Meme-Coins anguckt und quasi jetzt die Erfolglichen, das ist PayPal, das ist Bonk, das ist meinetwegen damals auch Doge sein, seht ihr, dass die immer krass in Wellen gelaufen sind. Also quasi tatsächlich ähnlich eine Entwicklung gemacht haben wie Bitcoin in seinen früheren Jahren. Starker Anstieg, krasser Abverkauf. Man sagt 80, 90 Prozent. Dann erstmal so eine Art Bessefahr, also eine Phase, wo keiner Interesse hatte, bestimmte Leute, aber frühzeitig wieder angefangen haben zu akkumulieren und dann kommt im Grunde genommen, ja, dann dreht sich das Rad weiter, es wird wieder interessanter, es geht wieder um, in diesem Fall Memes und dann kommt im Grunde genommen der nächste Pump und man sagt so ein bisschen, ein Meme-Coin, der länger Bestand haben soll und dazu trennt sich dann vielleicht auch die Spreu vom Weizen, ist, dürfte zwei bis vielleicht sogar drei so einen 90 Prozent Drops hinter sich haben, bereits, um im Grunde genommen dennoch aber mit höheren Tiefs und höheren Hochs über die Zeit schon so eine Art Aufwärtstrend zu bilden. Insofern, das bietet wiederum vielleicht, drehen wir es mal andersrum, vielleicht auch Chancen für Leute, die jetzt, keine Ahnung, bei Nairon nicht investiert haben oder in diese neuen KI-Geschichten bisher nicht investiert hatten, gibt es da dort mal einen massiven Rücksatz und das ist jetzt No Financial Advice an dieser Stelle, aber wenn, dann neige ich dazu, eher zu sagen, okay, ich kaufe das Ding vielleicht, wenn ich sehe, die Userbase ist groß und das Interesse war mal riesig und er hat einen USP, weil es vielleicht der First Mover war, dann niemals, also ich persönlich steige jetzt nicht da oben ein, vielleicht aktiv traden, hinher ist die eine Sache, aber als Investment niemals, dann lasse ich lieber das Ding mal richtig abkühlen, der soll mal ordentlich um 90, 80, 90 Prozent korrigieren, dann kann ich mir überlegen, daran zu investieren und dann habe ich womöglich vielleicht sogar das Glück oder so, dass ich halbwegs den Zeitpunkt gut getroffen habe, und dann im Endeffekt für den nächsten Move, der vielleicht was drei Monate, sechs Monate später, wie auch immer, wenn der quasi die Thematik wieder en vogue ist, dann im Endeffekt zum nächsten Move ansetzt, so würde ich das tendenziell wenn machen, wenn ich in so eine Dinger dann noch investieren wollen würde. Ja, das ist ja das Krasse auch im Memecoin-Sektor, hier ist die Volatilität, die wir ohnehin im Crypto-Space haben, ja nochmal um einiges größer. Die ist so wie Bitcoin damals, tatsächlich, da hat Murat schon tatsächlich recht, indem er das so gesagt hat, man muss das halt so in diesen Wellendenken und als Bitcoin noch unbekannter und kleiner war, war das, ich sehe nicht sagen Standard, aber es gab halt immer krasse Moves und dann auf einmal wurde so eine Welle losgetreten des Verkaufs, dann macht das quasi alles eine Rolle rückwärts, landete aber auf einem höheren Basisniveau und von dort an ging dann perspektivisch dann die nächste polische Welle im Endeffekt los. Das macht das Traden ja natürlich nicht besonders leichter, wenn eine übliche Korrektur 30 bis 40 Prozent haben kann und das unter Meme-Coin-Tradern als Dip gilt, wo man ja nie sich wirklich sicher sein kann, okay, war das jetzt vermutlich der letzte Dip in Richtung Null oder ein, wie du gesagt hast, ein kleiner, in Anführungsstrichen, Dip in Richtung All-Time-High. Ja, aber was sagt dir das denn? Das sagt ja eigentlich nur zwei Sachen. DCA, auch bei sowas, nicht alles auf eine Karte zu einem Zeitpunkt, wenn, kaufe ich mich in kleinen Schritten ein und dann wirklich noch mal bei diesen ganzen X-Meme-Coins. Vielleicht kennt irgendwer, kennt immer irgendwen, der hat alles auf eine Karte gesetzt und alles auf schwarz quasi und hat dann gewonnen. Das ist aber nicht Investment und das hat auch nichts mit Traden oder mit Anlegen zu tun, sondern das hat mit, ja, wie wir vorhin schon mal angesprochen hatten, eher was mit Lotto zu tun. Das hat nichts mit Nachhaltigkeit zu tun. Insofern, wenn eine Allokation aus eines Depots einen bestimmten Teil an Meme-Coins beinhalten soll, macht das in diesem Fall ja durchaus Sinn, ob das nun gut ist oder nicht, sei mal hergestellt. Nichtsdestotrotz sollte man sich aber immer überlegen, wie weit, angenommen, ich würde 1000 US-Dollar sagen, die will ich in den Meme-Coins-Space tun, packe ich das jetzt in drei Projekte und laufe Gefahr, dass im Endeffekt ja alle irgendwie nichts werden oder ich sage, Mensch, dann mache ich so, dass ich im Endeffekt 20 Projekte mache, jeweils 50 Dollar reinschmeiße und dann im Endeffekt eine Chance habe, sozusagen, dass einer von diesen 20 vielleicht wirklich so ein Überflieger wird, der mal 100, mal 500, wie viel auch immer macht und dann im Endeffekt die möglichen Verluste der anderen komplett kompensiert, ich aber gleichzeitig für mich die Chance erhöhe, dass ich bei einem so einen rasanten Run irgendwie dabei bin. Damit haben wir ja jetzt schon so ein bisschen dieses Thema, wie kann man das überhaupt alles traden, angeschnitten. Lass uns nochmal kurz einmal rausgehen und uns das Ganze von oben angucken. Mir stellt sich nämlich halt auch die Frage, wie sich das mit der Allokationsdynamik im Crypto-Space, am Crypto-Markt nun weiterhin verhält. Wir haben dieses Jahr, wir haben es gerade auch thematisiert, vor allem überteuerte VC-Coins gesehen, die Tokenflut durch Unlocks, das Sterben sozusagen dieser Utility-Coins, die ehemals in vergangenen Bullenmärkten besonders beliebt waren und gefolgt ist der Meme-Coins-Supercycle eben nach dieser beliebten These von Murat, die ja mittlerweile den Space dominiert, muss man so ganz einfach sagen, droht sich jetzt durch diesen neuen Hype, KI-Meme-Coins, wir haben jetzt hier wieder einen neuen Sektor, der da gerade aufblüht, irgendwie auch diese Liquidität, die im Markt, du hast es auch angesprochen, ohnehin schon sehr dünn ist, ein weiteres Mal durch diesen enorm spekulativen KI-Trend zu verwässern, Stefan? Ja, also generell sind das eigentlich zwei gute Teilaspekte, welche ich auch tatsächlich nicht mal so eben einfach beantworten kann. Ich kann immer nur sagen, was ich darüber denke. Sicherlich ist der Markt beziehungsweise diese Token-Flut im Utility-Sektor, die wir ja auch gesehen haben, das, was du angesprochen hast, durch die ganzen Token-Unlocks. Das heißt, wie viele Layer-1s und Layer-2s es mittlerweile gibt, die alles irgendwas toll machen wollen. Da verliert man A, den Überblick, B, hat man dort, je mehr es von diesem Projekt gibt, einfach mit konstant hohen Token-Unlocks zu kämpfen. Ich sage nur, zwinker, zwinker, kommt weiter unten dieser Woche der Monster-Token-Unlock bei Zui. Also ich will erst mal sehen, wie der sich irgendwie auswirkt. Und zum, ja, das zum Teil ist gerade diese Problematik auch verantwortlich für die Flucht der User in den Meme-Space, muss man einfach sagen. Und wie ich mit Giacomo im letzten Meme-Coin-Special vor ein paar Monaten, müssen wir mal rausrücken, schon thematisiert hatte, sehen Kleinanleger und zuletzt vor allem auch Neulinge im Crypto-Space ihr Heil dann einfach in Memes. Es kann wie eine Art Crypto-Lotto gesehen werden, denn mehr ist es, ja, zumindest mal, wenn man die Zahlen nach von Pumped-Fan gerade, die wir angesprochen hatten, betrachtet, bei weitem nicht. Und dieses sorgt leider dann auch dafür, dass die ohnehin zumindest aktuell noch verhältnismäßig begrenzte Liquidität, die wir sehen im Markt, die nimmt ja momentan wieder etwas zu, optimalerweise, weil die Notenbanken Geldpolitik lockern, Zinsen oder Kredite wieder günstiger werden und insofern tendenziell wieder mehr Liquidität in den Markt kommt, auch gerade, wenn jetzt irgendwie die Wirtschaft in China, die Wirtschaft in den USA schwächen sollten. Und insofern ist es halt dann problematisch, wenn dann dieses Geld mehrheitlich direkt in den Meme-Coin-Space fließen würde. Das heißt, andere vielleicht gestandene Projekte, die wirklich einen News-Case haben, wo man sagt, ey, das macht Sinn und das ist ein gutes Projekt, die kriegen vielleicht nicht den Share, den man ihnen eigentlich zugestehen sollte, irgendwie da ab. Und ich habe dennoch mein eigenes Portfolio, etwas hatte ich zuletzt in einem meiner Livestreams auch gesagt, etwas umstrukturiert und quasi in Richtung ein bisschen Meme-Coin-lastiger aufgebaut. Auf der anderen Seite kann diese Tendenz jedoch vielleicht perspektivisch auch positiv sein. Es gibt ja wo Negatives ja oftmals auch Positives, in diesem Fall für den Crypto-Space, denn ähnlich wie die Adaptionswelle im Telegram-Ökosystem, wir hatten es gesehen, mit Nodcoin, mit Dogs, Hamster, Bloom und wie sie nicht alle heißen, wurde das auch ein Stück weit befeuert und ja, durch die Einfachheit, dass man in einer Wallet, die in Telegram integriert ist, jetzt auch investieren kann, wurden auch viele neue User in den Space getrieben, die natürlich auch gehört haben von diesem Kursgewinn, die man bei Nodcoin etc. hat, also eine Art Airdrop, die man mit relativ wenig Aufwand kommen konnte, um Geld zu verdienen und ja, optimalerweise kann das dann auch durch Projekte geschehen, zukünftig, also positiv, zum Beispiel wie, oder Projekte und Apps, wie aktuell ist mir, hatte ich vor ein paar Wochen gehört, eine App namens Moonshot, mittels dessen Anleger nämlich einfacher denn je in Memes investieren können, wo man lädt sich die App runter, kann glaube ich per Apple Pay oder per Kreditkarte Geld aufladen, muss diese ganzen Radium und Co. alle gar nicht mehr kennen, sondern man kann das im Grunde alles in so einer One-Stop-Shop-Geschichte erledigen und das kann im Endeffekt aber auch zu einer Massenadaption beitragen und vor allen Dingen frische Gelder in den Sektor spülen, also sei es jüngere Leute der Generation Z oder jünger, die einfach über TikTok, über andere soziale Medien das einfach mitbekommen, auch Gelder investieren sollen, das ist ja Liquidität in den Markt kommen und dann kann man im Endeffekt auch vielleicht daraus schätzen oder daraus ableiten, was wäre, wenn mal wieder der Meme-Coin-Sektor so ein bisschen vielleicht schwächelt oder Langeweile hat, was machen diese Anleger, die vielleicht indirekt schon in diesem, ja, in dem Space sozusagen schon investiert sind, bisher vielleicht nicht in irgendeiner Weise große tankiert wurden mit Bitcoin und Co., sich dann aber vielleicht umschauen, was gibt es denn noch, ich habe hier vielleicht ein paar Gewinne gemacht, wo kann ich da noch investieren und im Endeffekt landen sie dann vielleicht bei irgendwelchen Utility-Tokens, wo sie sagen, Mensch, das macht ja auch Sinn, da packe ich Geld rein, insofern profitiert vielleicht wieder der Gesamtmarkt von dieser, ja, den neuen Usern und der zunehmenden Massenadaption und bezüglich der Frage, wie sich dieser Markt dann traden lässt, empfehle ich zum einen den Zuhörern die Folge, die ich mit Giacomo aufgezeichnet hatte, dort erkläre ich nämlich meine Herangehensweise an den Meme-Coin-Sektor und zudem sollte sich jeder, vielleicht auch einfach, du hast es schon erwähnt, das ist in aller Munde, wer es noch nicht gehört hat, die Argumente von Murat für den anhaltenden Meme-Coin-Trend anhören, die Logik dahinter ist durchaus sinnbehaftet, muss man sagen, kurzum, ich sehe Memes als eine Option an, eine Art für mich persönlich, Hebelinvestment auf die Basis-Chain zu haben, wie das sich jetzt mit den AI-Meme-Coins verhält, ob dann jetzt im Endeffekt auch AI-Meme-Coins auf jeden einzelnen auf den großen Chains sozusagen entstehen, das dürfte wahrscheinlich dann wieder in die Richtung gehen, sozusagen, also wenn Ethereum abgearbeitet ist und Solana abgearbeitet ist, dann geht es dann vielleicht auf Base über und dann geht es dann auf einmal Gensui und mal als Beispiel, kann man auch diese Meme-Coins im Grunde genommen so als Hebelinvestment für die Basis-Chain einfach nutzen, wenn man jetzt Brett oder Toshi nimmt auf Base-Chain, obwohl Base selber noch nicht mal einen eigenen Token hat, Pepo oder Nairo auf Ethereum oder WIF sowie Podcat oder auch Cats in the Dog und auch Solana und wie bei allen diesen, ja, generell muss man sagen, verbessert sich die eigenen Chancen, vielleicht auch die Frage, wie man da rangeht, die Chance verbessert sich natürlich immer mit einem hohen Eigenengagement, also Arbeit zahlt sich aus, einfach zu sagen und das bedeutet, man muss, wenn dann auch Zeit in, ja, in diesen Research von Projekten stecken, vielleicht auch den richtigen Leuten folgen auf X und dann vielleicht auch ein gutes Gefühl haben dafür, ey, was könnte perspektivisch so ein Kult erzeugen, was hat vielleicht einfach ein, ja, was ist einfach unglaublich lustig, manche Memes, das ist auch so ein bisschen, wonach ich gehe, wenn mich das nicht anspricht, was da transportiert werden soll, dann investiere ich nicht, wenn ich es aber lustig finde, dann hat zumindest mal besteht eine höhere Chance, dass ich sage, okay, ich schmeiß mal 50 Euro rein, um mal zu gucken, wo die Reise hingeht, insofern, so kann man dem vielleicht entgegnen und wie persistent das dann wird und ob es dann auf einmal so wird, dass wir im Endeffekt Wallets folgen, die AI-Agents gehören, um die dann zu copy traden, I don't know, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Oder halt unsere AI-Agents, diesen AI-Agents folgen, das ist ja dann die nächste These, dass du quasi nicht mal mehr selbst detracken musst, sondern das automatisch getrackt wird. Bei Morats These, um das nochmal kurz anzuschneiden, bevor wir in das nächste Kapitel übergehen, fand ich halt besonders spannend, und das ist auch gerade angesprochen, wenn man eben genau diese eigenen Recherchen anstellt, wenn man sich anguckt, wie man sonst auch in Kryptos investieren würde, dann stellt man schnell fest, dass es auch sehr narrativ getrieben ist und dass man sich letztendlich irgendwie schon die Frage stellt, ob nicht alle Coins und Token in gewisser Weise ein Meme sind und ob man da irgendwie schon ein Meme tradet. Bitcoin beispielsweise nennen wir alle das digitale Gold, das ist ja in gewisser Weise auch ein Meme, an das wir glauben, dass wir handeln und traden und Krypto ist, schon immer ein sehr stark narrativlastiger Investment Space gewesen. Memes verkürzen dieses Konzept halt irgendwie und im Vergleich zu anderen Utility Coins insbesondere, die in den letzten Monaten häufiger das Label bekommen haben, Meme Coins mit umwegen, weil sie eben genau das sind, also Meme Coins oder viele dieser VC Coins, über die wir vorhin gesprochen haben, seien nämlich genau das. Ich glaube, am wichtigsten und das ist auch, glaube ich, das Fazit, dass ich hier oder dass wir aus dieser Folge diesem Thema ziehen können, dass es immer wichtig ist, genau zu wissen, in was man eigentlich investiert. Wir haben das gesehen mit der Statistik, die du uns mitgebracht hast. Blind in irgendwas rein zu vormonen ist halt einfach Gambling und auch wenn es hier KI-Memes sind, also auch wenn man, wenn es irgendwie eine irrwitzige Narrative erscheint, wenn man glaubt, Edge zu haben und wenn man glaubt, diesen Space in- und auswendig zu kennen, vielleicht kann man auch darauf ausbauen. Ich, für, was mich betrifft, ich bin da, denke ich, raus, aber das kann jeder selbst entscheiden. Ja, ist eigentlich nichts hinzuzufügen, so wirklich. Insofern nicht einfach Bilder reinschmeißen, vor allem nicht, weil euch irgendjemand sagt, das wird das nächste Ding oder ihr seht irgendeinen tollen Chart von irgendwas auf Twitter und denkt dann, ihr kriegt FOMO und dann da rein da. Kann gut gehen, muss aber nicht. Und ihr wisst auch nicht, ob da ein KI-Agent möglicherweise hinter steckt. Aber gut, damit kommen wir nun zum letzten Teil dieses Podcasts. Vorher aber noch eine kleine Eigen-Promo. Alle laufenden Entwicklungen haben wir für euch natürlich im Blick, sei es hier im Invest-Podcast oder in unserer App beziehungsweise auf der Webseite. Damit ihr immer alle Infos in der bestmöglichen Form erhaltet, empfehlen wir euch, die kostenlose App zu installieren und am besten BTC Echo Plus zu abonnieren. So, Stefan, der October neigt sich seinem Ende. Die letzte Handelswoche des Monats steht an. Wir richten also den Blick nach vorne und du erklärst uns einmal, welche Ereignisse die Märkte in den kommenden sieben Tagen so bewegen könnte. Ja, also diese Woche wird definitiv bestimmt von Daten vom US-Arbeitsmarkt. Wir haben am Morgen Dienstag zunächst den aktuellen Joel's Stellen Report. Kommt immer monatlich. Zur Woche Mitte folgen die neuesten Schätzungen für das US-Bruttoinlandsprodukt. Das dritte Handelsquartal ist auch immer sehr wichtig. Da sieht man zuletzt drei Prozent Wachstum noch gewesen. Davon wird jetzt aktuell weiter ausgegangen. Insbesondere, wenn das deutlich schwächer ausfallen würde, dürfte das wiederum die FED auf den Plan rufen zu sagen, oh, wir müssen was machen. Und am Donnerstag werden die mit Spannung erwarteten neuesten PCE-Kerninflationsdaten für die USA präsidiert. Zum Wochenschluss kommt dann nochmal der Arbeitsmarkt in den Blick. Am Freitag mit dem großen Arbeitsmarktbericht selber, den Non-Farm-Payrolls sowie den aktuellen Arbeitslosenzahlen bzw. der Arbeitslosenquote in den USA. Und darüber hinaus erreicht eigentlich die Berichtssaison in den USA in dieser Woche ihren Höhepunkt. Den Wochenauftrag machen der Technologie Gigant Alphabet und der Kreditkartenanbieter Visa nachbörsig am Dienstag. Zur Wochenmitte haben wir dann noch Microsoft und Meta. Außerdem für uns wichtig Coinbase und Robinhood und Riot Platforms. Da haben wir gleich noch drei Kryptosektor zuzurechnen Unternehmen, die ihre Bücher eröffnen. Donnerstagabend haben wir dann nebenher auch nochmal gerade Apple und Amazon mit zwei also zwei absolute Technologisch Schwergewichte. Insofern, ihr seht schon, wie wichtig das werden könnte und starke Qualitätsergebnisse dürften den Markt befeuern. Deutliche Verfehlungen hingegen dürfen wahrscheinlich den ganzen Markt gerade in Bezug auf, dass wir kurz vor dieser US-Wahl stehen, dass wir ohnehin statistisch gesehen in dieser Jahreszeit im Oktober sowieso eine erhöhte Volatilität haben. Ich sage mal, es passiert was und gerade immer Abweichungen von Analysten, Prognosen und auch bei den Unternehmensausblicken für die nächsten oder quasi für die nächsten Monate und das nächste Handelsjahr 2025 dürften dann einfach größere Kursbewegungen erzeugen. Zudem, und das sollte man immer im Blick haben, weil wir momentan einfach so viel davon haben, Token-Unlocks, wir haben unter anderem, ich führe jetzt nur mal die drei größten auf, bei Optimism haben wir in dieser Woche, ich glaube, das ist jetzt übermorgen, 50 Millionen US-Dollar Gegenwert, das sind glaube ich 200 Prozent, insofern geht das noch. Bei Sui sind es 100 Millionen, sind auch glaube ich ungefähr 2,5 Prozent und dann haben wir den Hammer in dieser Woche, ich glaube am 1. November, am 31. Jedenfalls in den nächsten paar Tagen bei TIA, Celestia, ein Token-Unlock von 900, einen Gegenwert von 900 Millionen US-Dollar, insofern, das ist echt happig, insgesamt werden Tokens in Höhe von 1,7 Milliarden US-Dollar in dieser Woche unlockt, das muss man auch mal erwähnen und Peter und ich hatten das damals immer schon angesprochen, haltet euch da einfach auf den Laufenden, zumindest mal bei den eigenen Projekten, die ihr haltet, das ist ja mal gerade auf Token-Unlocks zum Beispiel geguckt, wann sind da die nächsten wichtigen Daten, vielleicht aufschreiben oder vielleicht, damit man es nicht vergisst, gerade mal in einen Terminkalender einpflegen, weil sonst wundert man sich auf einmal, warum ist der Kurs von einem Coin, den man hält, vielleicht so eingebrochen, dann sieht man, ja, okay, da ging es auch wirklich rund und war eine hohe Token-Inflation zu sehen. Genau und da sind wir wieder bei dem, sein Projekt oder sein Investment gut kennen, aber du hast es jetzt angeschnitten, eine Big Week für diverse Krypto-Unternehmen oder Krypto-verbundene Unternehmen und sowieso dann auch für Krypto und insbesondere das digitale Gold-Bitcoin. Welche bullischen Perspektiven kannst du uns dann für BTC geben, Stefan? Ja, also kurzfristig, man kann entweder sagen, wir treten ein bisschen auf der Stelle in Anbetracht der Situation letzten Freitag mit den News auch nicht weiter verwunderlich. Zudem, ja, hängen wir ja eigentlich knapp unterhalb dieser wichtigen 70.000er-Marke. Insofern hat der Kurs sich ja zwischenzeitlich, wie ihr wisst, letzte Woche Mittwoch und dann am Freitag nochmal in Richtung 65.500, Pi mal Daumen, bisschen drunter drüber, zurückbewegt, also hat nochmal korrigiert, bevor die Bullen im Endeffekt den Kurs wieder stabilisierten konnten und den Kurs über das Wochenende tatsächlich zurück über die 68.000 knapp hieften und dass die Marke, hatte ich gerade schon erwähnt, eigentlich diese 65.500, die hatte ich in der Vorwoche mal erwähnt, die hatte ich auch angesprochen in der Bitcoin-Analyse in der neuesten, zum Wochenschuss verteidigen konnten, ist weiterhin bullisch zu werden und die Chance für eine Trendfortsetzung unverändert gegeben meiner Meinung nach und um diese psychologisch relevante 70.000er-Marke anzulaufen, die wir, ja, wir stehen wirklich nicht mehr so weit weg aktuell ungefähr bei 69.000, gilt es für die Bullen nun insbesondere diese Zone 68.000, 68.300 nachhaltig zu überwinden, das wäre dann nämlich auch gleichbedeutend mit einem Retest nach dem dynamischen Ausbruch über diese übergeordnete obere Abwärtstrendlinie und das dürfte dann gleichzeitig auch die Wahrscheinlichkeit eines Durchmarschs bis in den Bereich 70.000, meiner Meinung nach sogar eigentlich direkt höher in Richtung 71.350 so ein bisschen erhöhen und damit würde auch das Allzeithoch in den Blick geraten und insbesondere diese Quartalsberichte von den Unternehmen, die ich erwähnt hatte, fallen die positiv aus und die steigen alle, wird optimal auch Bitcoin beziehungsweise Risikoassets an sich mit an die Hand genommen und vielleicht dann auch direkt gen Norden gezogen und ich rechne mal damit, dass wenn starke Zahlen kommen, dass der US-Aktienmarkt neue Allzeithochs machen wird und ja, das ermöglicht dann auch die Chance für Bitcoin im Endeffekt seine Höchststände aus dem März anzulaufen und vielleicht und das ist ja so die Wette, die ich auch mit ein, zwei Leuten hatte, dass wir womöglich noch vor der US-Wahl tatsächlich nochmal so einen kurzen Marsch in Richtung 80.000 sehen, weil was macht der Markt häufig? Der Markt ist sehr effizient und der Markt nimmt mögliche Entscheidungen voraus, das heißt, es ist häufig ein Buy-the-Rumor und dann eher den Sell-the-News und nicht ein Buy-the-News, das heißt, der Markt spekuliert erstmal, wird es Trump, wird es nicht Trump, was kann man daraus vielleicht ableiten, das heißt, der Markt kauft erstmal und wird er dann enttäuscht, ist es leichter im Grunde genommen Gewinne rauszuziehen und erstmal zu verkaufen, insofern würde ich, oder ist es für mich nicht unwahrscheinlich zu sagen, mal zu vermuten, dass wir vielleicht diese 8-0 mal irgendwie zeitnah sehen können. Ja, würde auf jeden Fall mit, was du gerade gesagt hast, mit den Prognosen zu einem Trump-Sieg korrelieren, weil Trump hat ja deutlich, je nachdem wo man guckt, im Vergleich zu Harris einen deutlichen Vorsprung entwickeln können in den letzten Wochen. Wir bleiben gespannt, müssen natürlich aber auch auf die Unterseite gucken, wenn der Markt schwächeln sollte, welche Marken hast du dort im Visier? Also generell muss man sagen, die Bärmen haben wirklich vielleicht die allerletzte Sekunde genutzt, um mal wieder zum Temporären Gegenschlag auszuholen. Was wird häufig genutzt, im Zuge dessen vermeintliche News, ob sie dann im Endeffekt Fad sind oder nicht. Jedenfalls führten in diesem Fall dieser, ich nenne ihn mal Tetherfad und die Unsicherheiten im Nahen Osten zwischenzeitlich zu diesem Rücksetzer an diese 65,500. Da waren die Bullen dann wieder da. Um den Ausbruch weiterhin zu verhindern, muss die Käuferseite nun alles daran setzen, Bitcoin nachhaltig unterhalb dieser Abwärtstrendlinie zu halten. Wir bewegen uns so ziemlich genau an der Gerade sind wir wieder leicht drüber. Und erst wenn es aber gelingt, für die Bären diesen Bereich der Vorwochentiefs, ich sag mal grob, diese Tausender Handelsbreite von 64,500 bis 65,500 nach unten nachhaltig zu durchstoßen, dann dürfte mehr Abwärtsdynamik aufkommen und zunächst mal das Ausbruchslevel bei ungefähr 63,240 wieder in den Fokus kommen, hatte ich in der Vorwoche auch erwähnt, hier findet sich auch der Supertrend im Tageschart und kommt es zu einer Aufgabe dieses Niveaus, dann dürfte sich das Chartbild erstmalig seit ein paar Wochen wieder zugunsten der Bären eintrüben und Bitcoin vermutlich unmittelbar in Richtung 62,000 zurückkommen lassen, findet Bitcoin tatsächlich hier auch keinen Halt, käme dann die Zone ungefähr 61,000 bis vielleicht 60,300 im Blick, da haben wir, also der Bereich war in der jüngeren Vergangenheit wichtig, wir haben auf der Unterseite auch die 200-Tage-Linie in dem Bereich und kommt es wieder erwarten und ich gehe da tatsächlich nicht von aus, noch mal zu einem Bruch der 60.000, was wir auch alle nicht wollen, dann könnte auch wirklich Bitcoin in der Ecke tiefer gehen, weil dann wäre das im Grunde genommen so ein bisschen als Fehlersbruch auf der Oberseite an der Trend, Abwärtstrendlinie wieder zu werten, insofern, ich sage jetzt einfach mal Unterseite maximales Kursziel wäre 60.000, hoffen wir mal, dass es nicht angelaufen wird und schon gar nicht unterboten wird. Absolut, das wollen wir nicht hoffen, wir bleiben guter Dinge, dass Kryptos Saisonalität uns weiterhin einen goldenen Herbst beschert, wenn wir vom October in den Grow-Vember übergehen, habe ich jetzt neuerdings gehört, das ist der Begriff für den nächsten bullischen Monat, das hoffe ich jedenfalls. Damit sind wir dann aber auch schon für diese Woche am Ende, wir danken wie immer fürs Einschalten und hoffen, dass ihr nun bestmöglich für die kommende Woche gerüstet seid, einen guten Start euch allen, bis zum nächsten Mal und macht's gut. Ja, eine erfolgreiche Handelswoche euch allen und dann schauen wir doch mal, dass Bitcoin vielleicht jetzt, vielleicht wenn ihr diesen Podcast nachher hat, Bitcoin im Endeffekt schon mal den Gelingen an der 70.000 gemacht hat. In diesem Sinn, bis nächste Woche.